Vor fünf Monaten gab es hier das erste SoRare-Video auf diesem Kanal. Dort habe ich euch meine Strategie in SoRare vorgestellt und habe euch auch SoRare an sich vorgestellt. Seitdem ist viel passiert, es sind viele Videos zu SoRare dazugekommen. Heute möchte ich einmal in die Zahlen gucken, was hat sich in fünf Monaten getan, was habe ich verdient, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und was meine Pläne für die Zukunft sind, was SoRare betrifft. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Ja, willkommen zurück, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute mal wieder ein SoRare-Video. Ich freue mich immer sehr auf SoRare-Videos, macht mir sehr viel Spaß. Einfach auch nicht nur das Ganze finanziell getrieben, sondern es macht auch einfach Spaß, nach dem Wochenende die Punkte zu analysieren, zu gucken, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, was machen Spieler, die man kennt und so. Das ist schon ganz schön cool, also es macht schon Spaß auf jeden Fall. Und da möchte ich euch so ein bisschen daran teilhaben lassen. Wir haben auch ein super Interview gemacht mit dem Nils. Der Nils ist ein SoRare-Spieler der ersten Stunde und hat wirklich fast eine Stunde sich Zeit genommen und hat Fragen von euch beantwortet, hat meine Fragen beantwortet und wir haben einfach mal auch seinen Werdegang in SoRare so ein bisschen beleuchtet. Ein wirklich, wirklich spannendes Interview, kann ich nur jedem empfehlen, der sich für SoRare interessiert. Verlinke ich nochmal hier oben in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, heute gucken wir mal so ein bisschen in meine Zahlen. Ich habe euch ja vor circa fünf Monaten das erste Video hier präsentiert. Dort habe ich euch dann meine Strategie vorgestellt und habe die dann auch so umgesetzt, also dass ich quasi mir erstmal ein Team aufstelle, was halt darauf abzieht, wöchentlich mindestens einmal die Woche die ETH Rewards von 0,02 zu erreichen. Und das habe ich auch in der Zeit dann auch gemacht. Klar, inzwischen war noch natürlich die Bundesliga-Winterpause oder die Winterpause in Europa. Deswegen war es dann auch mal hier und da ein bisschen ruhiger. Aber wir gucken jetzt mal nach fünf Monaten, ist ja dann doch schon eine ganze Ecke Zeit, gucken wir jetzt einfach rein, wie das Ganze funktioniert. Ich habe auch gleich meine ganze Rendite, meine Performance hier aufbereitet, in Portfolio-Performance, zeige ich euch gleich auch nochmal. Und wir gucken aber jetzt erst einmal ganz vorderab wieder mal wie immer in die Soraya-Stats. Das ist immer wichtig. Da gucke ich ja immer gerne einmal rein. Da können wir nämlich gucken, einmal nur ganz kurz einen Abriss machen. Wie entwickeln sich die Spielerzahlen? Nach wie vor Wachstum drin. Was für mich einfach der wichtigste Faktor ist, kommen neue Spieler rein? Und man sieht hier nach wie vor, ja, es kommen neue Spieler rein. 104.000 Spieler sind es mittlerweile. Nochmal zur Erinnerung. Angefangen habe ich zum Beispiel jetzt am 14. Oktober ungefähr. Da waren es die Hälfte. Seitdem hat sich die Spielerzahl mehr als verdoppelt. Sehr spannend. Und auch hier nochmal ein schöner Indikator. Wie viele Manager oder wie viele Spieler stellen hier ein Team auf? Da haben wir hier jetzt in der Game Week 250 18.744 Teams, die aufgestellt worden sind. Also mal wieder ein neuer Rekord. Ihr seht hier, das steigt hier Step by Step an. Denn hier war Winterpause in Europa. Natürlich ist ja auch mal wieder eine Pause. Entweder in Amerika, in Japan und so weiter. Deswegen ist es immer so ein bisschen schwankend. Aber wichtig ist, dass es langfristig hier nach oben geht. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Einfach Sorare Data-Stats. Und wir bleiben jetzt auch auf Sorare Data und schauen uns jetzt mal mein aktuelles Team an. Ich sage da mal ein paar Worte dazu. Aktueller Wert von meinem Team ungefähr 3,25 Ether oder 7700 Euro. Wir können uns hier auch mal anschauen, welche Karten das waren. Und auch wie viele Rewards ich bekommen habe. Das ist ganz spannend. Also hier in 5 Monaten habe ich 0,31 ETH über die Rewards bekommen. Zur Erklärung nochmal eben hier. Schauen wir nochmal mal rein. Wenn man hier in die Game Week reinschaut. Jetzt mal die jetzt demnächst startet. Und dann hier unter All Stars. Diese Liga, wo man diese 0,02 ETH erreichen kann. Wir können dann mal in den Price Pool reinschauen. Rare All Star. Und dann sehen wir hier, da muss man über 205 Punkte erreichen, um 0,01 ETH zu bekommen. Und über 250 Punkte erreichen, um 0,02 ETH zu bekommen. Ihr seht also hier, in den 5 Monaten habe ich quasi, wenn man so will, 15 Mal. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie sich das zusammengesetzt hat mehr. 15 Mal die 0,02 Rewards erhalten. Und einmal 0,01 Rewards. Und es gab sogar noch zusätzlich Karten. Das seht ihr hier. Ich will jetzt erstmal auf die roten Karten anspielen. Zweimal hat es sogar geklappt. Jetzt sogar letzte Woche. Dass ich mir Karten zusätzlich dazu arrangieren konnte. Und insgesamt sind alle Karten, die ich gewonnen habe, nochmal 0,29 ETH wert. Also wenn man so will, 0,6 ETH. Das sind roundabout vielleicht 1.400 Euro ungefähr. Also schon mal krass. Aber die größte Wertsteigerung ist durch die Karten entstanden. Das sind hier meine aktuellen Spieler. Und die kann man auch bewerten nach Preisen. Kann man die sortieren. Und dann seht ihr hier, das sind aktuell die Karten, die ich habe wert. Und hier sind teilweise die Karten wirklich sehr gut gestiegen. Jetzt zum Beispiel Teddy Tolmer habe ich gekauft. Können wir auch mal schauen. Das kann man sich hier alles wunderbar anschauen. Ihr seht es hier. Ich gehe mal ein Stück zur Seite. Hier rechts auf der Seite am 15.10. für 257 Euro habe ich mir den gekauft. Und aktueller Wert sind, ihr seht es hier, 1240 Euro. Das ist natürlich krass. Ist aber auch, muss man fairerweise sagen, ein Sonderfall. Ich habe auch ein, zwei Mal in die Tonne geriffen. Hier bestes Beispiel zum Beispiel. Daniel Kulikow. Der spielt ja in Russland. Den habe ich jetzt zum Beispiel hier gekauft. Für 254 Euro hier. Ziemlich hoch gekauft. Das war auch am 15.10. Ziemliches Anfängerpech auch einfach gehabt. Und der ist jetzt aktuell noch. 37 Euro wert. Also es geht natürlich nach oben und nach unten. Im Mittel geht es aber nach oben. Die Werte würde ich auch jetzt nicht zu hoch hängen. Also ich will die Spieler ja nutzen. Eigentlich ist fast egal, wie viele die jetzt aktuell wert sind. Ich möchte sie ja nicht verkaufen, weil ich damit ja Geld verdienen möchte. Aber jetzt mal zu meiner Strategie. Ich habe hier bei Sorare immer mal wieder Geld abgezogen. Das können wir ja auch mal schauen. Und zwar kann man hier oben einfach auf die Wallet klicken. Und kann hier auf Auszahlung klicken. Und dann sehen wir hier zum Beispiel, dass ich hier schon mal Geld abgezogen habe jeweils. Und das habe ich nicht gemacht, weil ich Sorare nicht vertraue. Oder weil ich dem Ganzen keine Zukunft gebe. Ganz im Gegenteil. Ich glaube das ganze Thema Sorare ist noch ganz ganz klein. Und es wird noch wesentlich größer werden. Da gehe ich fest von aus. Es ist aber trotzdem so, dass ich natürlich auch mein Restdepot beobachten muss. Und natürlich auch schauen muss, dass Sorare in meinem Gesamtdepot, zeige ich euch gleich nochmal, nicht zu groß wird. Und ich da so ein bisschen auch Verantwortung habe. Ich habe ja schon einen Sohn und ich kriege jetzt noch einen zweiten Sohn demnächst. Und deswegen muss ich da so ein bisschen auch spielen. Und aktuell ist mein Nebenprojekt so ein bisschen, mir die größere Karte bei Krypto.com zusammen zu sparen. Durch Rewards, durch Cashback und so weiter. Das will ich jetzt machen. Sorare ist ein großer Teil davon. Deswegen geht das ganze Geld aktuell, was ich jetzt verdiene. Also jetzt über Karten, über Rewards. Wobei ich jetzt auch mal wieder eine ganze Schwung Karten verkaufen muss. Geht aktuell raus aus dem Game und geht dann aktuell zu Krypto.com. Nicht jetzt, wie gesagt, weil ich Sorare irgendwie negativ sehe. Ganz im Gegenteil. Das ist nur jetzt ein Projekt, wo ich diese größere Karte bekommen möchte. Um dann halt 3% Cashback zu bekommen von Krypto.com. Und dann geht das Ganze natürlich auch wieder in die andere Richtung. Also dann würde ich zum Beispiel, wenn ich dann Cashback bekomme. Wenn dieses System quasi bei mir etabliert ist. Dann würde ich auch wieder Geld auch wieder in Sorare reinschießen. Aber aktuell ist es so, dass ich das so ein bisschen bündel auf Krypto.com. Wenn du noch nicht weißt, was Krypto.com ist. Ich habe ich auch zufällig mal ein komplettes Video dazu gemacht. Vor ein, zwei Wochen verlinke ich auch nochmal hier oben in der Videobeschreibung. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal hier bei mir in meinem Portfolio Performance an. Dann wird es auch ein bisschen klar, was ich meine mit Diversifikation. Dass ich auch so ein bisschen mein Gesamtdepot im Blick haben möchte. Wir schauen erstmal hier meine NFTs. Das ist im Moment nur so rare aktuell ein Wert von 7.866 Euro. Setzt sich ganz einfach zusammen, indem ich einfach hier diese 94 Euro rechne. Die ich hier in Euro und Cent mir einfach hier aufschreibe. Auch wenn es streng genommen 0,04 ETH sind. Und man natürlich immer den aktuellen Kurs gucken muss. Und dann meine NFTs, die also das quasi mein so rare Guthaben, was ich aktuell habe. Und dann alle Karten, die ich habe, die lasse ich einfach hier zusammenrechnen. Da mache ich jetzt nicht groß rum. Das ist ein Mittelwert. Das ist tagesschwankungsmäßig immer ein bisschen unterschiedlich. Also es kann auch mal sein, dass man theoretisch auch mal 8.000 oder 9.000 Euro jetzt in dem Fall bekommen würde. Wenn jetzt gerade ein Winter ETH hochgeht, kann es auch mal sein, dass diese Zahl hier nicht ganz aktuell ist. Aber wir wollen die Köche im Dorf lassen. So schaue ich mir das ab, weil diese Frage ist auch öfter mal gekommen, wie ich mir das zusammenrechne. Also diese Summe einfach plus diese Summe gleich diese Summe hier dann. Und dann sehen wir hier, dass seit Oktober ich gute Performance machen konnte. Trotz, dass Crypto immer mal wieder abgeschmiert ist. Also jetzt zum Beispiel im Januar gab es die minus 20 Prozent bei Bitcoin und Co. Und mein SoRare NFT-Portfolio hat sich trotzdem im Wert gesteigert. Im letzten Monat war es nicht so. Aber es lag auch so ein bisschen dran, weil meine Spiele auch nicht so super gut performt haben. Und dann gehen sofort die Werte der Spiele auch so ein bisschen runter. Von daher ist das auch immer so eine Momentaufnahme. Aktuell wieder plus 3 Prozent. Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht zu sehr auf den Wert der Karten Wert legen, sondern ich möchte die Karten benutzen. Und sie sollen bei mir Wert generieren und einfach Cashflow generieren. Und bis jetzt, also wie gesagt, in fünf Monaten sehen wir hier 76 Prozent Rendite, wenn man das so ausrechnen möchte. Und ich habe dann investiert 4.699 Euro. Performance-neutrale Bewegungen. Und wir haben jetzt hier Erträge von 3.167 Euro. Was natürlich schon verdiente und abgezogene Rewards sind. Was aber auch einfach nur Rendite-Steigerungen bei Karten sind. Also insgesamt sind das 3.167 Euro. Das macht ungefähr seit Oktober 150 Euro die Woche. Ist wirklich eine Hausnummer. Und da bin ich auch wirklich sehr mit zufrieden. Und jetzt schauen wir noch einmal hier in die Bestände. Deswegen, das meinte ich eben, SoRare ist bei mir die zweitgrößte Position nach meiner Cashreserve in meinem Depot. Und da muss ich natürlich auch immer aufpassen, dass das nicht zu groß wird. Weil das Ganze, was ich hier mache, ist ja jetzt nicht ein reiner SoRare-Kanal und soll auch kein reiner SoRare-Kanal werden. Sondern SoRare ist ein guter und ein wichtiger Part in meinem Depot. Und er soll aber nicht zu groß werden. Und da muss ich einfach so ein bisschen auch auf mich selbst aufpassen. Und schauen, dass ich hier auch versuche, Chancen in anderen Bereichen zu nutzen. Aktuell, wie gesagt, versuche ich das bei Crypto.com. Da die größere Cashback-Karte aufzubauen. Um dann einfach 3 Prozent bei jedem Einkauf zu sparen. Finde ich auch mal nicht schlecht. Und dann kommt wahrscheinlich auch wieder so ein Projekt, wo wir wieder Vollgas in SoRare geben. Und wo dann auch mal wieder vierstellige Summen bei SoRare reinfließen. Aber aktuell ist das nicht an der Zeit, muss man fairerweise sagen. Denn auch mein Geld ist begrenzt. Und ich muss dann auch so ein bisschen gucken, wie ich was lenke. Und jetzt habt ihr mal so ein kleines Update zu meinem SoRare bekommen. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie lange ihr schon bei SoRare dabei seid. Würde mich mal interessieren, wie es bei euch läuft. Ob ihr sehr zufrieden seid bis jetzt. Oder ob ihr vielleicht mal mit SoRare angefangen habt und wieder aufgegeben habt. Das würde mich mal interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Wochenende zum nächsten Video. Und bis die Tage.